Es gibt einen Ball? Ja. Dein Vater und ich sind der Ansicht, dass es langsam Zeit wird, dich in die Gesellschaft einzuführen. Und was eignet sich besser dafür als dein 20. Geburtstag? Danke, Tante Magda! Deine Tochter ist jetzt erwachsen, Otto. Und ein Mädchen in ihrem Alter sollte daran denken, an einen eigenen Hausstand zu gründen. Magda! Und Sophie wird auf dem Ball ausreichend Gelegenheit haben, sich einen passenden Ehemann auszusuchen. Deshalb veranstalten wir doch das aufwendige Fest. Ich soll verheiratet werden? Papa! Sag, dass das nicht wahr ist! Nein! Sophie! Sophie! Sophie, die Idee mit der Heirat. Da hat sich Magda offensichtlich verrannt. Und du? Weißt du nicht, dass ich mir am 20. Geburtstag einen Mann aussuche? Ich will vor allem, dass du eine schöne Feier hast, auf der alle sehen, was für eine bezaubernde junge Frau du geworden bist. Also doch! Du wirst mich auch verheiraten! Natürlich wirst du heiraten! Irgendwann! Aber das hat doch Zeit! Wie viel Zeit? Das liegt ganz bei dir. Wann immer du willst. Dann kann ich mir meinen Mann auch selbst aussuchen? Aber ja! Du entscheidest! Niemand sonst! Und wenn Tante Magda das anders sieht? Mit Tante Magda werde ich schon fertig. Das hat dein Vater wirklich gesagt? Ja! Ich kann mir meinen Ehemann selbst aussuchen. Ganz bestimmt hat er dabei nicht an einen Schneidersohn gedacht. Unehelich und ohne einen Pfennig in der Tasche. Mein Vater will, dass ich glücklich bin. Und mit Max bin ich glücklich! Ich muss ihn wiedersehen. Sophie! Max will bestimmt dasselbe. Schließlich hast du mir doch auch gesagt, dass er in mich verliebt ist. Ja! In eine Küchenmark namens Johanna. Nicht in die Gräfin von Ahlen. Deshalb muss ich ihn ja treffen. Er soll endlich wissen, wer ich bin. Und das wird ihn sicher freuen. Das mit dir und Max kann doch nicht gut gehen. Wer sagt das? Rieke! Ich muss mit ihm reden. Das bin ich ihm schuldig. Also, hilfst du mir? Nein! Das kann ich nicht. Tut mir leid. Ich habe meine Arbeit schon einmal deinetwegen verloren. Versteh das doch! Hey! Ah! Das ist kein Hufeisen! Komm! Stimmt ja! Da! Wir haben sie! Dann bin ich mal gespannt auf dein Wunderwesen. Du würdest in Ohnmacht fallen, so schön ist sie! Wie sehe ich aus? Na, in Ohnmacht würde ich nicht fallen. Ja! Das sieht gut aus. Was ist denn? Wir suchen eine Johanna. Im Wirtshaus sagte man uns, dass sie... Hanna Liebchen! Ich heiße Hanna! Das muss ein Missverständnis sein. Kein Missverständnis! Mein Name! Aber ist denn hier niemand neu eingezogen? Doch! Ich! Und ich habe oben was auf dem Herd stehen. Willst du sonst noch was wissen? Das ist ein echtes Wunderwesen. Der Hufschmied hat uns reingelegt. Sieht aus, als brauchst du einen Schnaps. Zwei Weinen ganz hinten. Wie geht's ihm? Sie können nicht sagen, ob er es überlebt. Die Wunder hat sich entzündet. Ihr dasselbe, was das heißt. Mein Gott. Gerade hat er noch Hochzeit gefeiert. Und seine arme Frau ist wegen dem Schreck auch noch die Milch weggeblieben. Was soll denn nun werden? Verfluchte Fabrik! Die frisst doch mehr Männer als der Krieg! Wie viele sollen noch zu krüppeln werden, bevor du was tust für Friedrich Hartenstein? Der hört dich nicht. Und wenn, dann ist es dem feinen Herrn egal. Dann müssen wir eben dafür sorgen, dass er uns endlich zuhört. Will sich mit Hartenstein anlegen. Sei vorsichtig. Man sagt, der fackelt nicht lange. Ich will mich auch gar nicht mit ihm anlegen. Ich habe nur eine Idee, die er nicht ablehnen kann. Darf ich eigentlich einladen, wen ich will? Natürlich! Ich habe dir auch eine Liste vorbereitet, damit es dir leichter fällt. Den einen oder anderen kennst du noch nicht. Aber das wird sich ja nun ändern. Baron Eduard von Aschleben? Graf Karl von Rönne? Alles nette junge Männer aus gutem Hause. Du hast den Baron Rothschild vergessen. Der hat fünf nette Söhne. Alle zwischen fünf und zwölf Jahren. Sophie? Wenn wir schon so viel Geld ausgeben, solltest du das Ganze etwas ernster nehmen. Nicht böse sein, Tante Magda. Ich freue mich wirklich. Gut. Und dein Kleid? Was meinst du? Wir sollten Kataloge aus Paris kommen lassen. Warum fragen wir nicht die Schneiderin aus dem Ort? Lotte Grebe. Lotte Grebe? Nie gehört. Sie soll sehr gut sein. Und ihr Sohn Max ist mit Riekes Verlobten befreundet. Und es ist sicherlich billiger als sein Kleid aus Paris. Du hast doch selbst gesagt, dass der Ball teuer wird. Dann lass dich noch Frau Grebe schicken. Sich zu informieren, kann ja nicht schaden. Wenn du mir nicht hilfst, muss ich halt Max' Mutter fragen. Guten Tag, Frau Grebe. Das sind Sie doch, oder? Ganz recht. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin Sophie. Gnädige Frau? Sind das die Stoffe zur Ansicht? Äh, nein. Das hat man mir zum Flicken gebracht. Und ich hoffe, es kommt noch rechtzeitig. Ah, gute Arbeit. Man sieht kaum was. Zufällig hatte ich einen Flicken, der genau passte. Ich wollte Sie fragen, ob Sie Zeit haben, ein Ballkleid anzufertigen. Ein Ballkleid? Ja, gern. Es wird ein großes Fest zu meinem Geburtstag geben. Und dafür braucht man ja nicht ein angemessenes Kleid. Haben Sie Zeit, die Maße zu nehmen? Das nächste Mal hinderst du sie daran, reinzukommen. Ich kann nicht nach jedem Unfall in meinem Werk den Fußboden erneuern lassen. Na? Ist heute etwas härter zugegangen bei dir? Bin ich ja schon gespannt auf die Geschichte dahinter. Ein Bauernopfer. Nichts weiter. Gibt es Neuigkeiten? Vor dir steht die neue Freundin der jungen Gräfin Ahlen. Die erste Tür der Festung ist eingenommen. Sonst hast du nichts für mich? Ja, mal langsam mit den trojanischen Pferden. Die alte Magda ist auch noch eine Frage der Zeit. Na dann bleib dran, mein Goldstück. Wie wäre es mit einem netten Danke? Sie ist als Investition auch in deine Zukunft. Schließlich wirst du meine Frau, wenn dein alter General endlich abtritt. Wenn uns der Entwurf gefällt, müsste das Kleid bis zum Wahl in zwei Wochen fertig sein. Das ist kein Problem, gnädige Frau. 90. Wie lange haben Sie denn schon die Nähstube? Mein Sohn Max war gerade geboren, als ich sie eröffnet habe. Wow, das ist jetzt 25 Jahre hier. 25 Jahre? 55. Ich werde 20. Deshalb geben wir den Ball. Weil Sie fertig sind, Frau Gräbe, kann die Gräfin sich sicher wieder anziehen. Ja, ich hab's dann. Das Kleid muss wirklich repräsentabel sein. Dieser Ball ist äußerst wichtig für meine Nichte. Sophie muss aussehen wie eine Königin. Die ganze heiratsfähige Adel ist bei uns zu Gast. Und ein Kleid kann doch manchmal über die ganze Zukunft entscheiden. Haben Sie dem Kammerdiener Ihre Figurien gegeben? Es tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung. Ich kann sie mir in der Nähstube angucken. Und Rieke könnte mich begleiten. Also gut, aber nur weil die Zeit bis zum Ball sehr knapp ist. Also das Teil hier sorgt dafür, dass die Walzen gleichmäßig laufen. Die Walzen, die Achim hineingeraten ist. Der Unfall wäre nie passiert, wenn wir so eine Sicherung gehabt hätten, um das Schwunggrad im Notfall anzuhalten. Und das ist ziemlich teuer. Ach, das Material und die Einbaukosten sind gar nicht das Problem. Na, was dann? Wir müssten die Maschinen während des Umbaus anhalten. Und wenn wir nichts produzieren, gibt's auch nichts zum Verkaufen. Hartenstein wird niemals freiwillig auf sein Geld verzichten. Ja, trotzdem. Es darf nicht egal sein, dass Menschen zu krüppeln werden. Und wenn wir uns nicht wehren, ändert sich nie was. Jemand muss es ihm sagen. Zeig, Hartenstein, deine Pläne. Was hast du schon zu verlieren? Ihr meint, ich soll es versuchen? Ja. Wie bitte? Was kostet mich der Unfall von diesem Holberg? Genau 100 Thaler. Die Maschinen standen einen halben Tag still, weil sich niemand mehr rantraute. Diese Arbeiter sind einfach so dumm. Vielleicht sollte ich doch über einen Umbau nachdenken. So kompliziert ist das nicht. Dafür müssten die Maschinen aber mehr als drei Tage stillstehen. Du hast recht. So ein Umbau bringt mir keinen Pfennig mehr ein. Außerdem gibt es genug Männer, die für eine gute Arbeit auch noch was riskieren. Bring dem Hund frisches Wasser. Sein Tier muss gepflegt werden. Sonst verdurstet der arme Kerl noch. Brauchst du irgendwas aus der Stadt? Neue Zigarren vielleicht? Danke. Das Wichtigste ist jetzt, dass sich meine Prinzessin der schönste Kleid aussucht, das zu bekommen ist. Du bist der Beste. Viel Spaß. Ich bin so aufgeregt. Magst du heute Augen machen, wenn ich bei seiner Mutter auftauche? Hm. Darauf werde ich. Die Frage ist nur, ob er sich auch freut. Du siehst immer gleich so schwarz. Er wird schon verstehen, warum ich mich erst zuvor verkleidet habe. Hauptsache ich treffe ihn wieder. So, wir können. Die frische Luft wird uns gut. Hast du mein weißes Hemd gesehen? Du hast es gerade eingepackt. Hör auf zu trödeln, du wolltest schon lange weg sein. Seit wann willst du mich unbedingt loswerden? Ich will nur nicht, dass du die gute Stelle in Oberberg aufs Spiel setzt. Und das Stück Stoff, das ich da hingelegt hatte? Das habe ich verarbeitet. Was? Ja, es hat perfekt in ein Kleid gepasst, das ich flicken musste. Aber das muss Johannas Kleid gewesen sein. War sie hier? Weißt du was über sie? Nein. Einer Johanna hat das Kleid mit Sicherheit nicht gehört. Es war ein anderer Name. Ist ja nicht traurig. Ich habe diese Johanna auf Achims Hochzeit kennengelernt. Sie ist was ganz Besonderes. Und ich hätte sie gerne mal gesehen, bevor ich abreise. Aber sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Was soll ich tun, Rikke? Ich habe richtig Angst. Was für eine Katastrophe. Uns fällt schon noch was rein. Ja, wo bleibt ihr denn? Ihr werdet euch noch den Tod holen, wenn ihr hier so rumsteht. Friederike, los. Ja, was ist denn jetzt schon wieder, Friederike? Da ist mein Verlobter. Ich würde gerne... Darf ich kurz mit ihm reden? Es ist dringend. Gut, aber beeil dich. Es könnte sein, dass wir etwas zum Tragen haben. Komm. Rikke! Ich weiß doch gar nicht, wo die Schneiderin wohnt. Da vorn, links. Komm jetzt endlich. Wir wollen hier nicht festfrieren. Benedikt! Was machst du denn hier? Ich habe dich hier gesehen und... Na, was ist denn los? Sag schon, hm? Ich habe gehört, dass du zu Hardenstein gehst. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wenn er dich rauswirft, wo willst du eine neue Arbeit finden? Das wird er nicht tun. Woher weißt du das? Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und ich werde auch ganz höflich sein, wenn ich ihm meine Vorschläge mache. Das ist nur eine kleine Besprechung und keine Rebellion. Ich weiß eben jetzt, wie es ist, keine Arbeit zu haben. Wenn man nicht weiß, wie man sein Essen bezahlen soll. Oder seine Kammer. Und du musst an deine Geschwister denken. Vielleicht freut sich Hardenstein sogar, wenn ich ihm meine Vorschläge mache. Ich bin es auch Achim schuldig. Was ihr durchmacht, darf einfach nicht umsonst gewesen sein. Vertrau mir. Benedikt! Pass auf dich auf. Gräfin. Sophie, was stehst du da? Wir wollen nicht den ganzen Tag hier verbringen. Wie viele Räume haben Sie? Nur diesen einen, aber es reicht für mich. Es ist sehr schön bei Ihnen. Dann wollen wir uns mal die Kataloge anschauen, wenn es recht ist. Dort drücken, bitte. Gut, dass du kommst. Willst du unsere Mäntel aufhängen? Sophie, was machst du denn auf dem Fußboden? Ich... 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 Ich hab mein Wändchen verloren. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sagen Sie, ist Max auch da? Woher auch immer Sie meinen Sohn kennen, Sie sollten ihn in Ruhe lassen. Sophie! Mein Kind, es würde nicht schaden, wenn du auch einmal einen Blick auf diese Kleider wirfst. Natürlich, Tante Magda. Ich bleibe hier, bis Herr Artenstein mich angehört hat. Davon träumst du aber auch nur. Es geht um wichtige Informationen. Du hast aber keinen Termin. Und jetzt? Raus! Ich bewege mich keinen Millimeter! Was ist dir los? Tut mir leid, ich war gerade dabei, das Problem zu lösen. Ich muss mit Ihnen sprechen. Unbedingt und sofort. Hans! Was ist so wichtig, dass du meine kostbare Zeit beanspruchst? Es geht um Ihre Fabrik. Und um das Leben meiner Freunde und Kollegen. Das sollten Sie sich unbedingt mal ansehen. Ja, dann zeig mal her, was du da hast. Wo hast du das her? Das habe ich selbst gemacht. Das ist die Maschine, mit der wir die Platten pressen. Das sehe ich. Und weiter? Dieser Unfall gestern. Sie wollen bestimmt auch, dass so etwas nicht wieder passiert, oder? Ich habe mir da was überlegt. Wenn wir eine Notabschaltung einbauen für die Walze. Hier und hier. Dann kann die Maschine jederzeit angehalten werden. Setz dich doch. Das ist doch sehr schön. Warum haben Sie mir das nicht schon vorhin gezeigt? Ich habe es selbst entworfen und ich dachte, Sie wollten zuerst die Kataloge sehen. Na, was meinst du, Sophie? Gefällt es dir? Sophie? Ähm, ja, das ist wirklich sehr schön. Dann ist es entschieden. Und zwar mit der wunderschönen Seide, die Sie uns vorhin gezeigt haben. Das Kleid wird aber auch ganz bestimmt rechtzeitig fertig. Sie können sich auf mich verlassen, Greifin. Ich mache mich noch heute an die Arbeit. Verzeihung. Entschuldigen Sie. Ich muss ganz dringend mit Max sprechen. Wo ist der? Er ist zurückgefahren zu seiner Arbeit. Nach Oberberg. Aber ist gar nicht mehr da. Wann kommt der denn wieder? In ein paar Monaten. Wahrscheinlich zum Osterfest. Sophie, wir gehen! Sofie! Er ist einfach abgereist. Ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Wahrscheinlich kam Max einfach nicht dazu. Ich werde ihn nie wiedersehen. So weit weg ist Oberberg nicht. Und irgendwann besucht er auch mal wieder seine Mutter. Ich bin ihm doch egal. Ich war doch nur ein netter Zeitvertreib. Er weiß, wie viele Mädchen er schon geküsst hat. Die Walzen müssten zwar für den Umbau abgestellt werden, aber wenn man damit Menschenleben retten kann... Billig wird das nicht gerade. Aber du bist ja auch kein Geschäftsmann. Wenn Sie die Garantie haben, dass niemand mehr verletzt wird, dann können Sie doch auch endlich wieder ruhig schlafen. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Eine Messerschreife-Analyse der Situation. Dann werden Sie die Maschinen umbauen? Ich werde deine Vorschläge sofort zu meinen Ingenieuren bringen lassen. Schließlich sind die Arbeiter mein wichtigstes Kapital, nicht wahr? Aber ich habe dir auch einen Vorschlag zu machen. Was hältst du davon, wenn du mein neuer Vorarbeiter wirst? Von deinen Fähigkeiten würden doch all deine Kollegen profitieren. Ach! Ich soll Achim Steller übernehmen? Aber er kommt doch wieder. Ja. Sei realistisch. Wie soll er denn mit einem Arm die Maschine bedienen? Ich... ... würde deinen Lohn verdoppeln. Vielen Dank. Aber ich kann doch nicht... Schlaf einfach drüber. Morgen gibst du mir eine Antwort. Ich brauche Männer wie dich. Männer mit Visionen, die auch was riskieren und... ... die auch schon mal zum Chef gehen, wenn es sein muss. Bis morgen also. Ich denke nicht, dass er annehmen wird. Er mag zwar ein moralischer Hitzkopf sein. Aber jeder hat seinen Preis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rikki, das... Das ist ja... Was ist denn? Der kommt hier her. Wer? Max? Er sucht mich! Sophie! Warte! Max hat mich nicht vergessen! Max sucht dich nicht! Er sucht nach Johanna! Der magt! Ich bin gegen Mittag zurück! Guten Tag! Guten Tag! Was Sie wünschen? Ich möchte mich wegen der freien Stelle des Verwalters bewerben. Mein Name ist Maximilian Grebe. Ach gut, dann. Kommen Sie mal rein. Das sind erstklassige Referenzen, Herr Grebe. Man scheint Ihre Arbeit in Overberg sehr zu schätzen. Sie macht mir auch sehr viel Spaß. Warum haben Sie dann so kurzfristig gekündigt? Ich meine, viele würden alles geben, um dort zu arbeiten. Das stimmt. Nur manchmal gibt es Gründe, auch eine gute Arbeit aufzugeben. Mhm. Private Gründe. Ich habe eine Frau kennengelernt. Das ist natürlich zu verstehen. Sie wollen heiraten. Es ist noch sehr am Anfang. Aber ich denke, dass sie es wert ist. Versuchen muss ich es ja wenigstens. Bitte. Man hat mir schon einiges über Ihr Anwesen erzählt. Aber es ist noch schöner, als man denkt. Es freut mich, dass Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz gefällt. Papa! Sophie, komm rein. Dann kann ich dir unseren neuen Verwalter vorstellen. Unser Verwalter? Ja. Herr Grebe, das ist meine Tochter Sophie. Ich hatte solche Angst, du wärst abgereist nach Hoferberg. Sie entschuldigen, mädiges Fräulein. Ihr Vater erwartet mich. Was könnte dir denn so ein Unschuldsengel wie Sophie von Ahlen schon bieten? Na, immerhin ist sie die Eintrittskarte in Graf Ahlms Haus. Ich soll den Grafen ausspionieren? Was für ein unschönes Wort. Nein. Ich will mit dem Grafen ins Geschäft kommen. Ich dachte, du magst mich. Ich verstehe dich nicht. Genau. Was weißt du schon von mir? Ich habe eine verdammt gute Stelle aufgegeben für eine Frau, die es überhaupt nicht gibt. Ich war's... Ich bin richtig... Ich bin shift. Ich bin Eigen updates. Untertitelung des ZDF, 2020